Und zwei der Iguanas sind heute zu Gast in der Sportarena. Trainer Benjamin Rücklin und Laura Fürs. Schön, dass ihr beide da seid. Servus. Servus. Benjamin, Iguanas heißt übersetzt die Legua. Jetzt spielt ihr in der Liga unter anderem gegen Nashörner, gegen Bullen. Als ihr den Verein gegründet habt 2013, ist euch da nichts Gefährlicheres eingefallen? Tatsächlich nicht, nee, weil irgendwie war mal im Freundeskreis und der Freundeskreis besteht eben sehr viel aus Rollstuhlbasketballern. Irgendwie aus irgendeiner Comedy-Sendung unser Hallo, immer was los, Leguan. Also wir haben das andauernd gesagt. Und irgendwann, wenn man so spaßelt, dann haben wir gesagt, machen wir mal einen Verein auf Leguan. Und als es dann soweit war, gab es eigentlich keine Auswahl. Und jetzt hat es sich sehr sensationell etabliert. Laura, Unterschied zwischen Rollstuhlbasketball und Basketball ist ja gar nicht so enorm. Also ihr spielt auch vier Viertel, also Spielzeit ist genau dasselbe, Korbhöhe ist dasselbe. Wo liegen denn die größten Unterschiede? Also im Endeffekt gibt es im Rollstuhlbasketball hauptsächlich einen Unterschied zum Fußgängerbasketball und das ist das Dribbling. Wir dürfen quasi zwei Aktionen am Rollstuhl machen, dann müssen wir wieder dribbeln, dürfen aber auch passen. Also es gibt kein Doppeldribbling im Rollstuhlbasketball, sonst sind die Regeln genau gleich. Und es geht auch, wie wir gerade gesehen haben, ordentlich zur Sache. Auf jeden Fall. Was euch unterscheidet vom Fußgängerbasketball, wie ihr es nennt, ist das Klassifizierungssystem. Werner, erklär doch mal bitte, was hat es damit auf sich? Ja genau, also jeder darf Rollstuhlbasketball spielen, egal ob mit Behinderung oder ohne Behinderung. Und es gibt eben eine Vielzahl von Behinderungen. Aber sobald man eben Rollstuhlfahren und Ball fangen und werfen kann, kann man Rollstuhlbasketball spielen. Und man kann sich vorstellen, dass jemand, der nur die Arme benutzen kann, hat einen Punkt. Und dann geht es die Wirbelsäule runter anhand zum Rumpf zu drei Punkten in Halbpunkten-Schritten. Und dann mit den Beinen, Amputationen hat man dann dreieinhalb, vier, viereinhalb Punkte. Und ich als Nichtbehinderter, der auch spielen darf, habe auch viereinhalb Punkte. Und das ist ja auch das Besondere, auch Fußgänger oder auch Männer und Frauen können den Sport zusammen ausüben. Laura, welche Klassifizierung hast du? Ich bin mit 2,0 Punkten klassifiziert. Ich habe einen inkompletten Querschnitt und habe daher nur bedingt Rumpfmuskeln zum Einsatz. Und deshalb bin ich mit 2 Punkten klassifiziert. Und ich spiele eben in der Liga mit den Männern zusammen. Da haben die Frauen dann noch so ein Sonderbonussystem. Aber für die Nationalmannschaft ist es dann eben so, dass ich mit 2,0 Punkten spiele. Hast du dann auch Maß angefertigte Stühle oder wie läuft das bei euch? Oder rollst du jetzt mit dem, wo du jetzt heute da bist, auch dann auf dem Spielfeld? Ne, genau. Also da hat man wirklich Sportrollstühle. Die sind Sportgeräte, entwickeln sich auch immer weiter. Da ist jeder Zentimeter abgemessen und genau auf einen angepasst, welche Bedürfnisse man halt hat. Ob eine höhere Rückenlehne, was für ein Sitzwinkel und so weiter. Rollstuhlbasketball ist ja eigentlich das Vorbild schlechthin, wenn es um Inklusion geht. Ist es das auch, was den Sport so besonders macht? Ja, wir haben natürlich so eine Vorbildfunktion in der Gesellschaft, die wir eben auch mit unserem Schulprojekt zum Beispiel oder mit Kooperation mit Kliniken, denen wir dann Rollstuhlbasketball zeigen, frisch verletzten. Und das ist natürlich eine unserer Messages. Aber wir wollen natürlich unseren Sport als allererstes zeigen. Und was dann alles noch dazu kommt, das wollen wir natürlich auch an die Leute bringen. Und das kommt auch natürlich sehr gut an. Jetzt ist ja auch ganz interessant, du als Fußgänger, wie bist du dann zum Rollstuhlbasketball gekommen? Und warum nicht herkömmliches Fußgängerbasketball? Ich bin nicht dazu geboren. Das Talent hat mir nicht ganz gereicht. Aber ich habe, als wir nach Heidelberg gezogen sind, ich komme eigentlich aus Moskau, hat unter mir ein Rollstuhlfahrer in meinem Alter gewohnt. Das war dann über fast ein Jahrzehnt eigentlich mein bester Freund. Und mit dem habe ich einfach mal zugeschaut, ausprobiert und dann nie mehr aufgestanden. Laura, kann man dann sagen, Fußgänger sind automatisch besser als Menschen mit Gehbehinderung? Beim Rollstuhlbasketball auf gar keinen Fall. Also natürlich haben die auch mehr Punkte vom Klassifizierungssystem her, weil sie, wenn sie dann mal Rollstuhlfahren gelernt haben, schon alle ihre Muskeln einsetzen können, um den Stuhl quasi zu bewegen. Und ich könnte mir auch vorstellen, beim Basketball geht ja auch viel außen rum, viel Oberkörper drehen, was anderen vielleicht nicht möglich ist. Genau, also deshalb ist es vom Klassifizierungssystem her auch so vorgesehen. Aber gerade wenn man das erste Mal sich in so einen Sportrollstuhl reinsetzt, muss man ganz schön lernen, wie man überhaupt Rollstuhl fährt und die Koordination Stuhl dribbeln und noch das ganze Spiel beobachten und wahrnehmen. Das ist am Anfang ziemlich schwer. Aber es gibt sehr viele Fußgänger, die sehr gut Rollstuhlbasketball spielen. Und das ist eben auch das Schöne, dass dadurch noch mehr Leute den Sport machen. Wie schlägt sich dein Trainer im Rollstuhl? Der Benni ist ein sehr, sehr guter Spieler gewesen. Jetzt ist er ja schon seit zwei Jahren, glaube ich, auf der Trainerbank. Wir lernen sehr, sehr viel von ihm. Aber er hat auch auf einem sehr hohen Niveau selber gespielt. Auch ein paar Jahre lang Bundesliga gespielt, zehn Jahre, glaube ich, waren es. Genau. Also ich bin in Heidelberg, wie gesagt, aufgewachsen. Habe dort dann auch angefangen zu spielen über Jahre. War dann zwei Jahre in Frankfurt, bin dann zum Studium eben nach München. Und da nach sieben Jahren haben wir dann eben diesen Verein gegründet, die Iguanas. Und da mussten wir uns erst mal aus der Regionalliga, wo wir dann eine Lizenz bekommen haben, glücklicherweise uns erst mal hochkämpfen. Deine Schützlinge sind hauptsächlich Hobbysportler, kann man glaube ich sagen. Wie lange ist das auch so der größte Unterschied zu den anderen Mannschaften in der Rollstuhlbasketball-Bundesliga? Ja, es ist natürlich Nachteil und Vorteil zugleich. Also wir spielen mit sehr viel Leidenschaft. Es gibt positive und negative natürlich auch manchmal Emotionen bei uns. Wir sind alles ein Freundeskreis und kämpfen füreinander. Die anderen sehen sich teilweise nur irgendwie fünf bis acht Monate im Jahr, aber trainieren eben doppelt so viel wie wir. Und das schlägt sich dann manchmal, gerade gegen die Top-Teams, auch auf dem Feld wieder. Aber wir versuchen dagegen zu halten. Habt ihr denn vor, in Zukunft die Professionalisierung weiter auszubauen? Also wenn man jetzt liest, ihr habt Top-Neuzugänge. Ihr habt einen aus Australien geholt, aus Neuseeland, aus Österreich, aus Israel. Also die werden ja auch nicht für ein Butterbrot bei euch spielen, oder? Nee, aber es ist tatsächlich so, dass wir über den Tellerraum schauen müssen auf dem Markt. Das sind alles so empor kommende Sportler, sagen wir mal, die den Schritt nach Europa gehen wollen. Und mit denen haben wir so wirklich Minimalabmachungen. Und durch die Netzwerke, die ich als Jugendnationaltrainer dann mal gemacht habe, habe ich eben sozusagen diese Kontakte geknüpft und sie für uns überzeugen können. Aber es ist schon so, dass wir unser System wirtschaftlich jetzt etwas umgestellt haben. Das heißt, wir sind offen für Sponsoren. Wir gehen jetzt Verträge ein und versuchen so Step-by-Step auch mit den anderen aufzuschließen. Sprich, dann kann man auch in Zukunft hochkarätige Neuzugänge holen, um sich eben noch weiter zu verstärken. Wenn die Leute das annehmen und dann eben die, ja, wir einfach immer bekannter werden in München und die Firmen uns dann immer mehr, mehr, mehr fördern, ist natürlich möglich und wollen wir auch. Jetzt habt ihr noch einige Zeit bis zum Saisonbeginn. Am 28. September geht es los gegen die Thüringer Bulls. Könnte leichter sein zum Auftakt. Also die Thüringer sind aktueller Deutscher Meister, Pokalsieger, Champions League Sieger. Also eigentlich die beste Mannschaft der Welt. Da würde man sich nicht allzu viel ausrechnen, nehme ich mal an. Aber was sind denn die Ziele für die kommende Saison? Also es ist schon unser Ziel, dass wir wieder oben ein bisschen mitspielen können. Auch gegen Thüringen haben wir letztes Jahr zwei richtig gute Spiele gemacht, vor allem auswärts. Und die können wir immer so ein bisschen ärgern. Aber so ab dem zweiten, also dritten, vierten, fünften Platz können wir, hoffe ich, richtig mitspielen und da mal gute Ergebnisse erzielen, dass wir am Ende dann nicht unter den sechsten Platz kommen. Also der sechste Platz ist so ein Minimalziel, was da den Pre-Playoffs langt. Laura, was sind denn deine persönlichen Ziele mit den Iguanas, aber dann auch mit der Nationalmannschaft? Ja, also jetzt steht dann erstmal Bundesliga-Saison an und da ist mein ganzer Fokus drauf. Ich denke, es wird erstmal spannend mit den neuen Spielern auch. Wir müssen wieder zusammenfinden und uns als Mannschaft da weiterentwickeln. Aber ich freue mich auf sehr intensive Spiele. Ich denke, wir haben dieses Jahr auch die Chance, ein bisschen als Außenseiter zu starten mit den ganzen Wechseln, die wir jetzt hatten sozusagen und können da ziemlich befreit aufspielen. Und hoffe auch, dass wir da uns gute Ergebnisse erarbeiten können und halt auch uns jeder individuell sich weiterentwickelt. Das war auch in den vergangenen Jahren immer so, dass wirklich die Spieler enorme Entwicklungen nehmen konnten während der Saison, weil wir viel Spielzeit haben und viel Verantwortung tragen. Und das ist eben auch mein Ziel, mich weiterzuentwickeln, um dann im Mai nächsten Jahres mit der Nationalmannschaft in die Vorbereitung für Tokio zu starten. Kommendes Wochenende ist bei euch noch ein Schulprojekt, ein großes Event bei euch in derselben Halle angesetzt, wo Leute vorbeikommen können, den Sport selber hautnah miterleben können, also sich selber in den Rollstuhl setzen können, Parkörbe werfen und dann auch noch hochklassigen Sport anschauen können bei euch vor Ort. Einige Nationalmannschaften sind vor Ort. Euch sage ich jetzt schon mal vielen lieben Dank fürs Kommen, hat Spaß gemacht. Ich drücke euch die Daumen für eure Saisonziele und wir werden das auf jeden Fall weiter verfolgen. Dankeschön.